Hallo, herzlich willkommen zur Sendung mit der roten Maus. Ja, Corona, Corona, Corona und die Folgen und Konsequenzen draus. Mir sticht hier ins Auge eine Eilmeldung vom Fokus. Und zwar hat in Saarland ein Gericht die Ausgangsbeschränkungen ab sofort gekippt. Hier wurde einem Eilantrag eines Bürgers stattgegeben. Ausgangsbeschränkungen gekippt. Ja, man wundert sich natürlich schon, wenn man beobachtet, was hier in der Presse so los ist. Denn nachdem es nun ja weniger Todesfälle gab als in der letzten Grippesaison, wird uns schon dauernd eine zweite Grippewelle, eine zweite, nein, nein, nicht nur Grippewelle, eine Corona-Covid-19-Welle um die Ohren geschlagen, die irgendwann kommen soll. Ja, es ist wohl so, es wird aufgebauscht in der Presse und von der Politik, weil man Angst davor hat, einen Strich unter die ganze Sache ziehen zu müssen, einen Kassensturz machen zu müssen und dabei erkennen zu müssen, was eigentlich passiert ist und vor allen Dingen sich dafür auch rechtfertigen zu müssen. Die Wirtschaft ist komplett abgestürzt. Wir haben über 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Im Einzelhandel drohen 50.000 Insolvenzen. Es wird ganz sicher nach dem Abschalten des Abschaltens nicht so weitergehen wie vorher. Es werden viele auf der Strecke bleiben, viele werden ihre Arbeitsplätze verlieren. Wenn man schaut, was in den Baumärkten los ist, die ja nun teilweise wieder betrieben werden können, das ist vollkommen irr. Alle laufen mit Masken rein. Man atmet seinen eigenen Mist stundenlang ein. Und das Ganze, was man hier einatmet, suhlt sich noch in einer feuchten Textilkloake, die zu nichts anderem führt, als dass man hier einem wunderbaren Nest für Bakterien Vorschub leistet und man das selber ununterbrochen über Stunden einatmet. Im Übrigen war ich ja mit dem Auto unterwegs und da kamen mir Fahrradfahrer entgegen. Fahrradfahrer, leicht rot-bläuliche Gesichtsfarbe, ziemlich heftig bergauf strampelnd und bei genauerer Betrachtung stellte ich fest, die tragen auch Gesichtsmasken. Tja, also da kannst du niemandem mehr helfen. Die Infektionsgefahr bei leichter Brise im Wind, zwei Radfahrer im Abstand von 40 Meter und ansonsten ein paar Autos auf der Straße ist natürlich so enorm, dass man sich die Maske draufkleben muss und irgendwie dafür sorgen muss, dass einem aus einem anderen Grund vom Radl haut. Vielleicht steigert es ja einen Trainingseffekt, weil die Lunge irgendwie mehr leisten muss in so einem Fall. Naja, also wenn man sich sowas anschaut, dann muss man sich wundern. Ich war dann sehr froh, als ich wenige Minuten später eine Weide passierte mit dem Auto, denn auf dieser Weide befanden sich Milchkühe. Und die schauten mich vollkommen entspannt und normal an und bei genauerer Betrachtung stellte ich fest, kein Wunder, die tragen keine Masken. Also die Kühe zumindest scheinen noch normal zu sein, wogegen man sich bei den Menschen hier nicht mehr sicher sein kann. Also wir haben einen riesen Shutdown, jetzt ist die Maskenpflicht. Ja, viele Näher und Schneider werden sich da sehr darüber freuen. Ich frage mich, wie es mit den Masken sein wird bei 30 Grad Celsius plus. Na gut, jedenfalls dieser Schlussstrich, der wird verzögert. Deshalb jammert man uns was vor von einer Gefährdung in einer zweiten Welle, die dann auch nicht kommen wird. Und wenn es im Winter und im Herbst wieder ein bisschen losgeht mit Erkältungen und Grippen, ja, dann werden sie uns wieder von Covid-19 was erzählen und wir werden sehen, dass es auch nichts anderes war als bisher. Nur, dieser komplette, man weiß ja schon gar nicht mehr, wo man ist, vor lauter englischen Ausdrücken mit Shutdown und Lockdown und was weiß ich alles noch für Downs. Also wenn der Shutdown wieder geshutdowned wird, dann werden wir einen Haufen Arbeitslose haben. Es wird massenweise Pleite geben, gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, auch im Gastronomiegewerbe. Und man fragt sich dann, wer hat denn diesen riesen Schaden, der ja nun selbst nach Mainstream-Medien pro Woche, glaube ich, 15 Milliarden kosten soll, der Hilfsprogramme in einer Größenordnung innerhalb der EU von 3 Billionen auslösen soll, wer hat das eigentlich verursacht? Wird man die Frage stellen, wer der Verursacher all dieser Probleme und dieses Riesenschadens ist? Und ich rede ja nicht nur von Geld, denn mit diesen Maßnahmen wurde nicht nur der Wirtschaft massiver Schaden zugefügt und Arbeitnehmern in finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht, sondern es wurden auch gesundheitliche Schäden verursacht. Und die werden jetzt weiter verursacht, auch mit dieser Maskenpflicht. Die wurden aber auch verursacht durch die Kontaktsperren, die ja interessanterweise in Österreich jetzt ganz zügig aufgehoben werden, nachdem da ein bisschen was bekannt geworden ist, was der Kanzler Kurz so vorher von sich gegeben hatte, als er glaubte, ungehört zu sein. Gesundheitliche Schäden bei älteren Menschen, Angst, Stress, alles, was hier ausgelöst wurde, irgendwann wird man hier Bilanz ziehen müssen und dann stellt sich die Frage, wer hat es verursacht? Und man hat sich ja in der letzten Zeit viel mit Psychiatrie und psychologischen Problemen beschäftigen müssen, zum Teil, denn wir haben ja erfahren, dass eine Rechtsanwältin in der Psychiatrie eingeliefert worden ist. Wir haben auch erfahren, ich habe darüber gar nicht berichtet, aber vielleicht haben es manche mitbekommen, dass ein Arzt in der Schweiz in der Psychiatrie eingeliefert worden ist. Es gab ja auch Veröffentlichungen von sogenannten Experten, wenn man Experte hört, dann muss man sowieso schon weglaufen, die sich dahingehend geäußert haben, dass man diese Corona-Leugner wohl doch in der Psychiatrie bringen muss. Übrigens erinnert mich das sehr an die Klimaleugner, da hat man es auch schon gemacht. Es ist schon sonderbar bei uns, was hier alles akzeptiert wird, auch mit dieser Maskenpflicht, aber nun ja, wenn in einem Land die Eltern ihre Kinder für höhere Steuern hüpfen lassen, braucht man sich wohl hier über so etwas auch nicht mehr zu wundern, wobei natürlich die CO2-Steuer mit Maske niedriger werden müsste, weil ja weniger aus der Maske raus in die Umwelt abgegeben wird und ich ja immer wieder das eigene CO2 mit einschnaufe, also vielleicht wird es sich zumindest steuerlich positiv auswirken, diese Maske. Nun ja, man hat sich also mit Psychiatrie und Psychiatern und Psychologen immer wieder mal beschäftigen müssen, weil einem hier eben auch alles Mögliche serviert worden ist. Und was ich dann nun so verstanden habe, aus diesen letzten Veröffentlichungen und Berichten und auch allen möglichen Quatschshows, die hier so geliefert werden, dass man dann über die Einlieferung in der Psychiatrie oder in ein solches Krankenhaus nachdenken muss, wenn jemand entweder sich selbst gefährdet oder andere gefährdet. Nun, diejenigen, die zuständig sind, die verantwortlich sind für diesen Shutdown, Lockdown, was auch immer, die messbare Konsequenz daraus ist ja Schäden an anderen Menschen, mittel- und langfristig vielleicht sogar an sich selber. Also diejenigen, die das ausgelöst haben, sollten vielleicht mal untersucht werden. Und da stehen ja ganz vorne dran die Virologen. Also es gibt ja anscheinend nur einen Virologen, ich betone Virologen, wie diesen Professor Dr. Drosten von der Charité, der ja, wie ich in einem der letzten Videos schilderte, massiv von Bill Gates, dem Impffanatiker, mitfinanziert wird. Also mir fällt da ein, der Virologe Drosten, mir fällt aber auch ein, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der Lothar Wieler, der mit schwammigem Zahlenmaterial und permanentem Verdrehen von Zahlen ganz erhebliche Mitverantwortung an all diesen Problemen trägt, in denen sich dieses Land und möglicherweise die angrenzenden Länder befinden. Es gibt beim Robert-Koch-Institut auch einen Vizepräsidenten, den Lars Schade, auch da sollte man mal genau hinschauen, und natürlich der Gesundheitsminister Spahn, sowie sämtliche Ministerpräsidenten der Bundesländer bis natürlich hinauf ins Bundeskanzleramt. Ich denke, es wäre an der Zeit, hier für eine entsprechende Untersuchung zu sorgen, denn die Fremdgefährdung ist definitiv gegeben und sollte sich herausstellen, dass psychologisch oder aus psychiatrischer Sicht alles in Ordnung ist, dann müssen diese Leute vor ein Gericht gestellt werden. So viel für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich auch für die finanzielle Unterstützung, für die Spenden, die die letzten Tage wieder kamen. Die Hinweise finden Sie unten in der Infobox. Wir freuen uns natürlich über einen Daumen hoch und auch über ein Abonnement. Wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dann am besten mit Glocke, weil dann werden Sie ja auch zuverlässig informiert, wenn wir was Neues einstellen. Aber einen kleinen Moment noch. Ich glaube, ich hatte noch was. Ah ja, klar, ich habe es mir noch notiert. Schweden. Aber ich habe das ja auch schon erwähnt. Schweden. In Schweden wurde kein einziges Grundrecht außer Kraft gesetzt. Und die Epidemie oder was immer es sein soll, flaut dort genauso ab wie in allen anderen Ländern, wo man die jeweiligen Völker bis zum Gehtnichtmehr verarscht hat, aber die Leute bisher sich das auch gefallen lassen. Kann man sich nur wundern. Bis zum nächsten Mal.